Hey Leute, ihr wisst, heute gibt es ein neues Video hier auf meinem Kanal. Und ich habe mir eine neue Spielrunde geladen, ähm, schon vor kurzem. Sorry, wenn ich schon mal angezockt habe, also nicht ohne, dass ich schon weiter bin. Und das Spiel ist ein, naja, es ist ein Survival-Spiel, ähm, ja. Ähm, ja, so, hallo? Hm, es geht jetzt ab, nein, nein, Digga. Ich will nichts angedreht haben. Und, ja, geil. Ja, bis gleich, Leute. Bis gleich, Leute. Ich bin neu, das hol' ich mir als erstes mal. Also, wow. Wow. Alter. Schwede. Das ist auf jeden Fall heftig. Heftig, heftig, heftig. Hallo. Hallo, nein. Ich will... Ich will... Ich will das nicht. Nein, danke. Ich versuche mir immer was anzudrehen, wisst ihr? Das ist schlimm. So, mal abgucken. Ne, geht jetzt nicht weiter. Was haben wir hier? Das stimmt, das hat nur fünf gerade eben. Ähm, das... Pss, 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 ne. Ja, sozusagen, gehen wir auf unser... Floß. Und jetzt sind wir auf unserem Floß angekommen. Ja. Ähm, wie gesagt, ich habe hier halt schon etwas... äh, 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 etwas gebaut. Das sind von diesem Spiel ist halt sich ein Fluss zu bauen. Ähm, hier war es natürlich mit Schlauen Papier ein paar Teile angeboten. Und kommen wir wieder raus. Deswegen musste ich mir hier... Alter. Alter! Muss ich mir hier... Worte, Worte... Ähm, musste ich mir hier was einfallen lassen. Zack, was... ist das? Was zum Teufel? Eine Steinplatte. Aha. Und das war es jetzt wert. Alter Schwede. Ich tue es einfach mal mit... Wo habe ich es jetzt hier hin? Ähm... So. Warte mal. Mal sehen, ob ich schon mehr was craften kann, dass... Ach so, scheiße. Wir müssen mehr sehen. Ach, ein, zwei. Na, da hol ich mir noch schnell die Wasserflaschen her. So. So. Hier habe ich dann... Was ist das hier? Net for Catching. Net for Catching. Neurological Intensivort Attraction Intensivort Was braucht ich mir erstmal? Hm. Was ist das? Wollen sie irgendwo hinbauen oder? Ich weiß es nicht. Ach so! Ah! Also hier mein obszidierten... Ach, ist gegangen! Das ist ja eigentlich schon gerade so. Aber ich schicke mich. Ist das so klein? Ach, ne? Ach, ne? Ach, ne? Na geil, ich hab ja voll in Hummer, ne? Oh, ne? Also blau... Hm... Oder fängt er dann in Hummer? Genau... Ähm... Zack! Jetzt müssen wir was essen. Oh, was ist das? Das war's eigentlich jetzt nicht wert. Ähm... So, was können wir uns noch bauen? Ja... Ja, nun fehlen uns natürlich jetzt hier wieder die... Ähm... Eigentlich müsste ich hier nix machen... Wasser, Wasser, Wasser... Ähm... Wasser brauche ich eigentlich auch noch nicht. Ähm... Hier hab ich... Ja... Ähm... Und ja... Ich guck mal nicht... Ich guck mal... Ich guck mal mal... Ich guck mal 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 kurz eine Katrin, okay? hin jetzt versteh ich den Das tut mir Ressourcen auffangen. Ja klar. Oh, schon zu dämlich. Dann soll ich mir mal... Jetzt auch noch die Flächen so. Jetzt zeig ich mir dieses Netz einfach mal. So. Schau auf. Das Netz liegt ganz gut. Und dann wird er dann theoretisch, wenn er dann noch reingeschoben kommt, müsste das dann hier bleiben. Eigentlich macht es Sinn. Ein Stück Holz. Dann ist mir mal raus. Zwei Holzbretter. Scheiß. Verpiss dich. Ah, scheiße. Alter, verpiss dich. Junge, verpiss dich. Von meinem Landtier. Ja. Ein Schirm ist jetzt theoretisch. Und... Oh, ja. Ja. Nice. Das heißt, wenn ich neue Flaschen krieg, könnte man auch noch mehr Netze machen. Macht eigentlich Sinn. Was können wir eigentlich noch bauen? Also... Das... Ähm... Ich meine... Hast du das schon gebaut? Ähm... Ist das Crafting Table? Nee. Okay. Wirk. 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 Also... Bretter. Zwei Blattnen. Ja, das hätte ich eigentlich. Zack. Bretter. Oh, fünf. Ähm. Zack. Oh, eine Kraft. Ich möchte das mal schnell... Zack. Zack. Oh, eine Kraft. Das sind wir. Die sind aber hier. Auch nicht passend. So, ja. Ich kann nicht mehr von den Teilblatt hin. Das sind... Keine Ahnung, wenn ich immer von den Teilblatt hin... keine Ahnung, das sind Gold oder Kupfer. Und ich kann nicht mehr von den Teilblatt hin. da muss man erst mal neue bauern machen kohle teilbahn und kohle drin glaube ich nicht hier kohle kohle so das geht eigentlich schnell da gehst du noch mal kurz nach dem netz gucken ob ich noch mal kurz nach dem netz so ich muss hin ey das spüre ich hier ein Hummer geil geil dieser dumme Hai kommt einfach nicht weiter die 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 So werdet ihr immer von informiert, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Und ja, bis zum nächsten Mal, Leute, euer Kino. Ciao.